Juuu, Leute, willkommen zu heute an der Folge auf dem Kanal und ja, wie ihr euch vom Titel gesehen habt, wir haben heute mal wieder ein kleines Gameplay für euch und zwar was eine 25-Kilo-Runde, die wirklich geil geworden ist, wirklich, wirklich geil geworden ist heute. Wir haben jetzt die neue Waffe benutzt und haben wirklich richtig hart reingesweatled. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Like im Pool werdet und ein Abo da lassen würdet. Und ja, sonst würde ich mal sagen, gönne ich das Gameplay und ja, ich wünsche euch viel Spaß, haut rein. Wir müssen gehen auf zwei. Loll. Hab richtig wieder, dass ich hinter der... Hab ihn. Ja, 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 ja. Du brauchst eine Hilfe. Hurensohn, Junge. Ich brauch Hilfe, ja. Komm. Ich mein, hier ist schon wieder so ein dreckiges Portal, was wieder so laut ist wie, weiß nicht. Zwei Elefanten, die gerade Geschlechtsverkehr haben. Könnte sein. Ich war halt, keine Eier. Hast du vielleicht noch Minimult, ja? Ähm, ich hab... Ja, lass drauf, muss ich... Da ist einer, da kämpft einer von hinter der Ecke. Für mich ist einer oben, ja. Ich bin über dir, glaube ich. Ja, hier oben kämpft einer. Ja. 30 Held. Hab ihn. Darf ich seine Pump haben? Nix. Er ist ein Gena. Ober uns, ober uns. Oh, mein Gott. Er geht die Lieden, Junge. Er geht die Lieden. Die MP. Hier ist noch ein Bigness. Brauchst du? Ne, Mini, 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 Mini. War gut. Das sind zwei Bigness. Boah, ich gönne den. Hab einen. Oh, Junge. Die MP hat ihn grad so geraipet, ne? Hab ich gesehen. 40er Headshot ist halt echt klein. Im Sprung, Alter, im Sprung. Ah, hier, hier, hier liegt ein Chuck Chuck. Scherker. Ne. Ich behalte die MP. Pass auf, das ist ein Gena. Hä? Ja, der kassiert. 68 Hits. Hab ihn, genockt. Da ist noch einer, noch einer drinnen. Ich brauche auch nichts mehr. Der ist so tot. Haben. Da ist, glaube ich, noch einer im Haus. Man. Ich kann mir das vorstellen. Der hat halt auch wieder keine Ressourcen gehabt, Alter. 66. Ja, ich hab 21 Colts. Gönne nochmal kurz die, äh, die, hier den Bigin. Komm, die in meine Richtung. Pass auf. Hä? Wow. Hast du grad die Pumpner? Ja, 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 fahr mir. Pass auf, pass auf. Ich muss, okay. Muss trinken. Oh, mein Gott. Hättet der gehittet. Er hat schon wieder so viele Hits kassiert. Das ist unglaublich. Ich bin tot. Digga. What the fuck? Hinter uns ist noch einer, Boy. Komm her, komm rein. Lass mich mal kurz, bitte. Ich muss kurz mein Bier saufen. Ach du scheiße. Entweder ich höre die ganze Ghost Step, oder... Ey, ich hatte nichts zu bauen. Er kriegt erst mal von mir noch einen 152er Hit von unten. So, so frech, Alter. Oh. Hier muss doch einer sein, Boy. Ich höre die ganze Steps, Alter. Wenn der jetzt einen Pump oder so hat. Pass auf, dass er dich nicht abcammt, irgendwie, an hinter einer Ecke oder so. Hä? Da ist er, da ist er, da ist er. Komm. Nein, nein. Oh. Oh, scheiß Omega Skin, Alter. Omega, ja, ja. Omega. Ja, ekelhaft. Hat der jetzt was zu bauen? Nee, gar nicht. Der hatte nur eine scheiß Waffe. Scheiß Pumper, also. One-hitten können. Ich hab halt wieder nichts, Junge. Das scheiß Portal, Alter. Das macht so laute Sounds, Junge. Ja, ich krieg wieder Aids. Ja, ist der, der vor mir. Der, ja. Komplett der Noob. Der hat gar keinen Shield. Lass ihn hacken. Wollen wir? Ja, der hat grad beim Bauen, der hat zwei Treppen gebaut und hat währenddessen, Alter, er checkt nichts. Warte, darf ich ihn trappen? Ja, ich trapp ihn. Hast du Traps? Also, er geht aber nicht zur Ruhe rauf, komischerweise. Äh, okay. Wo ist er denn? Der vor mir. Hä, wo ist er? Von hinten wird Auge auf mich gemacht. Ich krieg den jetzt schnell. Sorry, mate. Er hat das Trommelgewehr. Hör damit. Oh, nee. Alter. Hä? Hä? Ich muss mich kurz heilen, Boy. Die haben so hart reingezockt. Hab einen. Die sind scheiße. Ja, Alter. Die sind scheiße. Hab beide. Junge. Ich hab noch gesniped. Ich weiß. Von hinten. Von hinten. Von Salty. Können die Ska? Gar und Heavy hab ich. Ich kann keine Madpacks mehr mitnehmen. Ich brauch einen Madpack. Ich brauch einen Madpack. Komm. Hast du eins? Da unten liegen. Ja, Zone. Egal, egal. Ich kann zwei mitnehmen. Dann nehmen wir. Ja, die von Salty. Camp mal ab. Soll ich jetzt schon Madpack nehmen? Hab einen Hit. Hab einen Hit. Hab einen Hit. Da vorne liegt was episches. Äh, links. Links. Direkt los. Direkt los. Wo seid ihr? Ah, da. Da, da, da. Oh, geil. Gönn dir. Der hatte Blue Life. Ich gönne kurz. Gönne dir. Erstmal reinschwitzen. Die kann ich als Upload benutzen vielleicht. Gönn dir. Ich denk noch eine Ska, wenn du willst. Eine Ska? Wo? Hier noch eine Grüne. Äh, eine Gold. Äh, hier. Eine Harbgoldene. Eine Grüne, ne? Eine Grüne. Eine Grüne. Aber ich nehme lieber die Tommi mit. Die macht mir auch Spaß. Außerdem hat der Lack, dass der irgendwie... Ja, vorne, vorne, glaube ich. Na, darfst du? Da sind sie. Äh, die springen mit Sprungsternen Richtung 330. Ich hab grad gelegt. Ich hab grad gelegt. Wo? 330 vor uns. Genau vor mir. Non-Skin. Hit. 100, 100er Hit. 60, 60. Easy Rack. Dein Lappen, Alter. Da ist schön ein Sniper. Schön ein Sniper Hit kassiert. Lass mal reinschwitzen, wenn die Runde gewinnen. Easy Upload. Easy Upload, Junge. Die ist echt nice, die Runde. Kannst du auch uploaden, dann kann ich deine Sicht verlenken. Ich wollt, glaub ich, auch Christian. Ich auch. Von hinten, von hinten. Ich spieße mal den letzten hier. Ich spieße jetzt hier kaputt, damit keiner hier hochkommen kann. So, lass hier ne Base bauen, ne kleine. Von unten. Ja, egal, egal. Bauen ne Base, bauen ne Base. Viel zu risky. Hä? Wenn dies. Oh mein Gott, er hätte Hit bekommen, hätte er nicht gebaut. Hm. Schau gerade, der Nose-Kinder, den will ich ihm nicht gönnen. Oh, Junge, er schießt auch die ganze Zeit da. Der ist gar nicht mal so schlecht. Ich wurde... Hunde... Hä? Ich hol mich noch hoch schnell. Hä? Du kannst doch nicht sagen, dass das ein Nose-Skin ist. Das ist kein Nose-Skin, das ist ne Blaumütze. Ja, ja, ja. Bau, mach hinten. Mach unten auf. Genau. Jetzt hol. Ja, hier ist gut. Blaumütze. Junge, wörtlich. Bau, 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 bau. Ja, der wird gesniped. Oh mein Gott, perfekt. Weil die hatten, glaub ich, nicht so gut die Position. Stemme mal bitte ein bisschen. Hast du... Die Burschen, die Burschen, die Burschen. Ja, ich hiel mich, ich hiel mich, ich hiel mich. Das ist keine Blaumütze. Hä? Er hat, er hat, er hat, er hat einen, er hat einen Fallen-Hit. Komm raus, ich hab mich... Hä, warum hat mein Matpack nicht gezogen? Digga. Er ist so dumm, er ist so dumm. Er ist in meine scheiß Falle reingelaufen. Passt schon. Ja, 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 ja. Der hat 50 HP. Mann, ich kann wieder nicht hüpfen, Junge. Hat der einen Norskin? Ist dein Team jetzt oben? Ja, ja. Kannst du? Haben wir gefändischte Norskin. Oh my god! Nice, 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 nice. Gönn die Matpack oder sowas? Ja, ja, ich hab schon Matpack. Ich brauch nur das Blue Life von denen. Ich weiß nicht, wie wir die hatten. Alter, wir sind so hoch. Wir müssen aufpassen, wir müssen nicht irgendwie abgesnabt, äh, hundertgeschossen werden. Da ist einer mit uns. Hat zwei Hits. Schwarzer Ritter. Ja, ja. Ich seh viele von denen. Ah, unten, unten auch nochmal. Taxi-Taxi-Taxi-Fahrer. Ja, ja, wollte ich auch mal sagen. Wenn der mich snipet, Junge, dann krieg ich einen Aids-Aids-Charakter. Äh, der baut sich auf diesem Haus da. Ja, ja. Du musst halt schauen, wo der Taxi-Fahrer ist. Hard-Hits, Hard-Hits. Ja, aber ich habe keine Explosionswaffen Der Typ hatte auch keine Explosionswaffen Spam er auch da Pass auf, wo der Taxifahrer ist, er kann von links kommen Keine Ahnung, wo der Taxifahrer ist, der ist weg Echt? Ja Schade Da ist noch ein Team Richtung 2550 Pass auf, da ist ein Team bei Südwesten Nicht, dass er sich von hinten absnipt Ja, ich habe hinten zugemacht eigentlich Ich werde abgeschissen Ich werde abgeschissen, Alter Ja, alles klar Wir müssen halt Zone gehen, Junge Ja, ja, noch ist chillig Wir haben eh wieder Highground Ja, ich habe halt keine Ressourcen mehr Brauchst du irgendwie Also ich kann ja mein Stein Also Hälfte Stein Und noch Ding droppen Es sind so viel Gegner noch, Alter Auf dieser Scheiß-Klein Zone Die da drüben machen wir Angst, die auch in der Ressourcen ist Nice, komm her Hier, prima, das und Hälfte Der schwarze Ritter verpisst sich Verpisst sich? Nein, nein Lass die pushen Oder? Die sind halt außerhalb der Zone Wo ist denn die, Alter? Runden Ja, ich kann ihn, ich kann ihn nicht snipen Pass auf Nicht, dass du ein riesen, richtig hart Ein fetter Headshot bekommen musst Bei mir ist der Blumen im Arsch Und die hat denn deine Waste, Alter Hä, wo ist denn der, Alter? Die müssen halt kommen Ah, da kommt der Nice Sniper Hä, wo ist der, wo ist jetzt der andere noch? Der schwarze muss nicht kommen, der Ritter Easy, nice Ja, okay, lass rauf, oder? Ah, pass auf Haben Nice, lass weg, lass weg Gute Runde, gute Runde, wie viel Kill? 20 kills, nee 22 kills Okay, 22 kills, nice Das sind jetzt vorne noch welche Ja, komm hier an der Seite runter Seitlich hier runter Alter, wir haben keine Explosionswaffen, das wäre zu OP Wir könnten das eigentlich unten alles Nee, das ist Das ist halt, das Leben so viel geht nur noch, Junge Oh mein Gott, Alter, ein Schilden ist ein Bigness Gönne, 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 gönne Hoho Ah, rip die Zone Oh mein Gott, du kannst grad noch abbauen Hoch hier, hoch hier Komm mal mit Wir könnten nur von unten abschießen, aber das ist halt sehr, sehr gefährlich Weil wenn die runterkommen und gut Secretmen haben, sind wir tot Komm mit Die kommen, die kommen Einer, 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 einer 21 Ja Der hat verpisst sich Ja, wo ist denn der? Dein Nosekin hat einen normalen Hit und Headshot Ey, hier oben, Highspot Hab ihn Äh, instant tot Naja Ja Äh, Blut, äh 23 Kills, mate Blau Mütze Ich hab nen Bounce Pad, wollen wir runter zu dem? Ah, der schießt ja man Der hat gute Hitze Ich push mit, äh, Jump, mit Bounce Pad Oh mein, hä, wie hab ich da? Runter da Ich hab nicht mehr viel zu bauen LOL, ich bin tot Nein, nein Nein, ich bin unerwärtslich runtergesprungen Links, links, links kommt der Omega Ey, wenn die Runde jetzt lost ist wegen dem Scheiß, der Alter Der hat die, der hat die Scheiß ab Der ist noch hinter mir, der ist noch hinter mir Boy Der war in dem Scheiß zu um die ganze Zeit Er kommt Nein Jetzt ist wegen meiner Scheiß die ganze Runde lost, Alter Pass auf, er hat ein Granatenwerfer Das ist doch nicht zu fassen, Alter Einer ist noch unter dir, einer ist noch unter dir Ich krabbel in die Zone, wenn ich es schaffe, aber ich glaube, ich schaff's nicht mehr Wir kommen zwei, sechs Hab sie Einer ist bei mir, einer ist bei mir, der letzte Der letzte Die letzten zwei, die letzten zwei, Boy, die letzten zwei Und bin in der Zone Hab nichts mit zu bauen, 34 Kult Ich finischen mich, sie wissen, dass ich den beso- Fuck Bist alleine Aber es war ne richtig geile Runde, Junge Oh mein Gott, Alter Ah, schade, Alter Alter, das war, wie viel AP hatte er? Er war, ich hab, ey, ich hab nen 57 Gehilt mit der Heavy Das kannst du mir jetzt schon wieder Nein, er hatte ein Kill, das ist sein erster Kill gewesen Ein Kill Ein Kill Warum bin ich runtergesprungen? Geht's nur in Epic Games, ne? Warum Krieg ich einen 54er jetzt mit der fucking besten Shotgun in diesem Spiel auf Nahkampf? Da kannst du mir nicht sagen, dass dieses Spiel gut ist Ja I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Trying to make it a life In school they never taught ya Dreams of my own I've been working from I'ma put a ride on ya I'ma put a ride on ya